Hallo in die Runde, willkommen zu einer neuen Skat-Geschichte. Heute möchte ich mich mal mit ein paar Kuriositäten rund um das Hochrisikospiel Grang ohne 4 beschäftigen. Ja, Grang ohne 4, in der Jugend ging der ja immer sofort los, wenn vier Asse zu erkennen waren, wenn noch ein oder zwei Zehner dabei waren zum Drücken, dann natürlich umso lieber, aber auch ansonsten keine Schmerzen mit zunehmendem Alter spielt man das Spiel mit ein bisschen mehr Magengrummeln. Die Pumpe geht, bup, 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 werden die vollen laufen. Dazu hast du das Spiel im Laufe deiner Skat-Karriere einfach schon viel zu oft an Ballon bekommen. Trotzdem, wenn du ein echter Skat-Spieler bist, dann wirst du mit vier Assen und mindestens einer oder gar zwei Zehner natürlich nicht passen, dann wirst du dieses Spiel versuchen, zumindest wenn nicht allzu hoch gegen gereizt ist. Kleine Anekdote 1, ich glaube, die kommt von Jörg Lucke, dem Erdbeersammler. Der hat es doch tatsächlich geschafft, beim Turnier einen Gang ohne vier zu spielen und er kam lachend an hinterher und sagt, das hat er noch nie erlebt. Nach zwei Stichen waren alle vier Buben aus dem Spiel, also mit anderen Worten. Die Gegenpartei hat zweimal Bube gezogen. Dass das einmal passiert, ist ja nicht ganz unüblich. Der Gegenspieler weiß ja nicht immer, wo die Buben sitzen. Das siehst du als Spieler dann nicht ungern. Dass das dann ein zweites Mal passiert, das ist doch in der Tat eine Geschichte, die ist schon wieder so merkwürdig, die kann man sich gar nicht ausgedacht haben, also das muss sich glücklich ereignet haben. Dann habe ich noch einen weiteren Vorfall zu berichten. Ein Skatfreund aus Asien, ich glaube Manni, Manni, warst du das? Hat mir geschrieben, ich habe leider die E-Mail verlegt, 4 Asse, 4 Zehner, in Mittelhanden, schöner, Gang ohne Vieren, bei Passe Passe und dann blieb der Spieler Schneiderschwarz, denn in Vorhand saßen zwei Buben und zweimal König zu viert, in Hinterhand saßen auch zwei Buben und zweimal König zu viert, und damit das Ding dann wirklich Schneiderschwarz wird, müssen natürlich die beiden gedrückten Vollen, der Spieler hatte zwei Volle gedrückt, ausgerechnet die beiden Farben seien, in denen Vorhand die Viererlängen hat, dann gab es tatsächlich kein Spiel. Einen echten Vorwurf kann man den Gegenspielern allerdings auch nicht machen, denn ja, sie stechen zwar zwei Farben, haben aber nicht einen einzigen Vollen in der Hand und auch nur jeweils zwei Buben, also, ein echtes Spiel haben sie auch nicht gehabt. Dann kommen wir schließlich zu meinem persönlichen Highlight, Gang ohne Vier, diesmal auch wieder aus erster Hand, ich war live dabei im Gegenspiel, saß vor einigen Jahren in Elmenhorst am ersten Tisch, in Vorhand war bei diesem Spiel Bernd mein Mannschaftskollege, in Mittelhand Dirk mein Mannschaftskollege, und Bernd bekam alles, was man für einen schönen Gang ohne Vier braucht, er bekam vier Asse, zwei Zehner, er hatte zwei Asse gedrückt zu den Zehnern, und obwohl jetzt alle Farben laufen, verliert er fast diesen Gang ohne Vier, das Ganze, obwohl er nicht mal unbedingt einen Fehler macht. Ja, Frage in die Runde erstmal, wie ist das denn möglich? Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, ich fand das hinterher eins der absoluten Highlights, schade eigentlich, dass das Spiel dann doch gewonnen wurde, so viel mal gespoilert, und hier kommt jetzt die Auflösung, ich habe natürlich nicht gelogen, ich habe euch aber nicht alles erzählt, mein Blatt war also folgendes, ich hatte drei Buben, das war es dann aber auch schon mit der Herrlichkeit, daneben dann eine ganze Menge Schnee in den verschiedenen Farben, Bilder, alles muss bedient werden, und Bernd hatte eben nicht nur zwei Zehner dabei, sondern er hatte sogar drei Zehner dabei, und jetzt lief das Spiel los, Kreuz Ass, Kreuz Dame von Dirk, von mir Kreuz Lusche bedient, danach kam Kreuz Zehn, Kreuz König, und jetzt stand ich da und konnte mir ein paar Gedanken machen, ich habe mir gedacht, nein, der kann nicht allen Ernstes viermal Kreuz haben, also Kreuz Dame, König blank bei Dirk, das kann nicht sein, sonst muss er ja wohl entweder einen Buben haben, den er erst gezogen hätte, und ohne vier hätte er aus der Viererlänge auf jeden Fall gedrückt, es blieb nur eine Schlussfolgerung, Kreuz Ass und Zehn waren blank, Kreuz Dame im ersten Stich war von Dirk schon spekuliert, der vier Kreuz hat, dass ich stechen kann, entsprechend steche ich jetzt logischerweise, und finde im dritten Stich die Übergabe mit dem Buben, denn anders kann ich meinen Buben ja sowieso nicht einsetzen, ich muss alle anderen Farben bedienen, und damit hatten wir dieses Spiel, wenn man so will, an den Eiern. Kreuz Bube fällt von meinem Partner, und jetzt kommt natürlich Kreuz Lusche hinterher, von mir P. König, und Bernd hat so ein bisschen Probleme jetzt, welche Luschen er abschmeißt, er hat natürlich genug Kleinkram, den er loswerden muss oder kann, aber er muss sich jetzt auf diesem Stich den ersten von seinen verbleibenden drei vollen blank schmeißen. Er hat sich hier tatsächlich entschieden, sich das Pik Ass blank zu werfen, und jetzt ist die Situation schon im Prinzip durchschaubar, durchleuchtet, aber nicht ganz einfach zu sehen hier für Dirk, der ja auch nur den einen Buben hatte, der hätte jetzt sehr genau den Luschenabwurf verfolgen müssen und ganz konsequent spielen können. Wenn jetzt etwa Pik 10 kommt, dann ist das Spiel Mause tot, dann kann ich einstechen und danach Herz Lusche rausspielen. Bernd hat 36 Ligen, hat noch zwei Zehner im Blatt, braucht noch zwei Bilder, hätte nur eins bekommen. Jetzt kam aber hier ein bisschen Lachs, so ein Zwischenzug, Herz Lusche, Herz Lusche, und der hat es hier Bernd ermöglicht, tatsächlich das fehlende Bild noch einzusammeln. Herz Dame hat er geschnippelt und danach das Pik Ass angeboten. Pik Ass, nein, es war nicht Pik König, hier habe ich mich vertan. Es kam natürlich Pik 10 von mir gestochen, erneut Herz rausgespielt, da kann ich am wenigsten mit kaputt machen. Aber jetzt hat Bernd aus Hinterhand den Herz König bekommen und auf Karo gab es das Pflichtbild mit der Karo Dame. Das heißt, er hat jetzt 63 oder 66. Auf jeden Fall hätte er in Herz gar kein Bild bekommen brauchen, wenn da die Pik 10 gekommen wäre. Und das war eigentlich hinterher das interessante. Mensch, vier Asse und zwei Zehner, jede Farbe wäre gelaufen. Und trotzdem Grang fast verloren, weil nämlich noch ein weiterer Voller dabei war, der siebte Volle. Der hat das Spiel für Bernd eben, ja, wenn man so will, gefährlich gemacht, weil er ihm die Möglichkeit gegeben hat, jetzt in der falschen Reihenfolge die Vollen zu ziehen. Trotzdem nicht unbedingt ein Fehler, die Kreuz 10 zu ziehen, denn im Kreuz fehlten noch drei Karten und in Karo stand er auf Ass 10, Doppellusche, das Ass war gedrückt. Das heißt auch da, wenn Karo zu dritt steht, die 10 gestochen wird, Übergabe Bube, hätte sich das gleiche Spiel ereignen können. Von daher nicht ernsthaft ein Fehler. Das wäre natürlich ein absolutes Highlight gewesen, wenn wir diesen Gang gelegt hätten. So war es immerhin eine lustige Anekdote, die sich mir, ja, so richtig eingebrannt hat. Ich kann mich noch erinnern, Tisch 1. Wer wo saß sogar, dass es die Pik Dame und König waren. Also eins von diesen Momenten, ja, eins von diesen Spielen zumindest für meine persönliche Ewigkeit. Hoffe ich mal, dass ihr da auch euren Spaß dran hattet. Ich freue mich auf die nächste Skat-Geschichte. Und wenn ihr auch mal Skat-Geschichten hören wollt, die nicht ich nun alle erlebt habe, das liegt ja in der Natur der Sache, an die kann ich mich am leichtesten erinnern, dann schickt mir gerne eure Verteilung und Spielverläufe gerne mit dem Kontext auch, was es da an schönen, traurigen, kuriosen Geschichten drum herum gab. Schickt mir das mal an daniel- jetzt-grad-insel.de, dann schaue ich gerne mal, ob sich da auch das eine oder andere Video draus zimmern lässt. In dem Sinne, frohe Festtage, guten Rutsch, bis bald, guten Blatt. Herr B minimum. KDR 5. 1 3